Wir geben Bewegung den Herzschlag. Mit unseren Sensoren, Aktoren, Ventilen und smarten Modulen treiben wir Innovationen voran. Höchste Effizienz und Präzision. Der Magneto-Shape-Miniaturgreifer wird mit einem innovativen Magneto-Shape-Antrieb gesteuert. Er ist kompakt, kann stromlos halten, Greifkraft elektrisch regeln, Bauteilgrößen und Greifposition erkennen und dabei extrem schnell einschalten. Die Magneto-Shape-Formgedächtnistechnologie bildet den Kern des Greifers. Diese Technologie befindet sich zwischen den Spulen eines Elektromagneten im Inneren. Ohne Stromfluss bleibt das MSM-Element in seinem Ausgangszustand. Der Greifer ist geschlossen. Bei Stromfluss entsteht ein magnetisches Feld. Das MSM-Element reagiert und lenkt sich. Der Greifer öffnet. Der Magneto-Shape-Miniaturgreifer ist vielseitig einsetzbar. Im Labor, Elektronikfertigung oder Mikromontage. Durch seine kompakte Größe und seine präzise steuerbare Greifkraft kann er kleinste Objekte greifen und montieren. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website. ETO-Gruppe Motion Technologies